Wieso haben die alle immer Flash? Du Scheiß-Crew. Egal, aber sie slowen muss backen. Ja. Ich hab den Weg. Junge, Maut kannst du auf eine Route spinnen. Digger, ich dachte gerade, Alter. Pyong, Pyong, back. Mach den ja an. Kannst du smilten die im Moment? Oh Gott, warst du schnell doof. Nein, durfte ich nicht. Holy shit. Ich wurde einfach weg, sie ziehen und durfte nicht mehr smilten. Oh, dieses Game ist so unfair. Irgendwider anstrengen. Ja, genau. Seufzen? Seufzen? Sind die alle behindert? Die können doch nicht alle in den Tower rennen. Die sind so unfair. Oh, sie ist ganz knapp aufm... Äh. Ah, du bist ja... Ja. Oh. Schönes Ding. Oh Gott, die Jinx rocket. Ich glaub ich werd gleich mies weggemacht. Hallo? Ries dich von meinen Vögeln. Du dummer Lutscher. Ey Jungs, habt ihr jetzt wirklich Bock herzukommen? Ja, ja. Oh, ey. Warte, der Kaiser hat mich geultet. Oh, ich hab irgendwie überlebt. Keine Ahnung wie. Nein, das war so close. Warum ist ja sowieso useless? Da kommt der Old angeflattert. Cool. Warte, wie er fett mich so sieht. Ah, war die irgendwie motiviert in deinen Wurzeln drin. In deinen Wurzeln. Warte, wie er fett mich so sieht. Was ist er eigentlich? Er freutet mich wieder. Scheiß voll die. Na. Hallo? Nee. Nice. Ich hab einfach 50 Millionen Assists gehabt bekommen. I'm on my way. Ich soll auch da waren. Am Ende. Nice. Ey Digga, dieser weiße Siegel zu kriegen, ich, Alter. Toll. Nein. Nein. Du pisst euch doch alle. Back mit dir Ribbon. Ach, sie ist die ganze Coffinade in mir. Okay, sie ist grad an irgendwas gestorben. Ich weiß nicht mal mehr was. Tschölich. Wie oft ist die gerade deine Wurzeln gelaufen? Ich glaub zweimal. Ach so? Nee. Oh ja. Alles gut bei dir? Jo! Ich hab den Tower getankt. Hilfst du? Ja. Was ist mit dir passiert? Joge, Joge. Nice. Wo ist der letzte B? Ja weg. Jetzt wenn du die Base Ransom Organa killst. Easy Panther. Ich hab auch noch gehelst. Oh, ich hab gehelst. Lol. Das Game ist so unfair auf der Botlane. What the fuck? Nein, rein 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 rein. Nice, schön. Danke. Warum wird das mir nur angezeigt, dass ich's dann... Was war das denn? Der ist ja weggeschmolzen. Und so 4 Items. Der hat ja probably gar nicht existiert. Digger. Digger. Ach, kommt schon. Junge. Oh mein Gott, Digger. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Nein. Junge. Hätte ich da mit der Laterne... Hätte ich die Laterne grabben dürfen, Mann. Legit. Das ist doch so dumm. Die kriegst du ja nicht. Kannst du die eigentlich inzwischen wohnen, wie meine? Anscheinend. Moment. Auf jeden Fall. Cool. Revene. Oh mein Gott. Ist der Galio? Alter, Digger. Diese Scheiß Kate, Digger. Sie enttickten mich einfach aus. Fuckin' Mania. Ich hab nen Shutdown. 700er? Du bist, Digger, du bist gefällt jetzt... Äh, warte mal. Du warst 0,3. Und jetzt hast du das 6 Kids am Stück bekommen. Du bist arscht fucking strong, Mann. Ich mein' Heal, Junge. Absolut Satisfying. Was macht der Galio da eigentlich? Lässt dich kurz mal exekuten. Wo flasht die eigentlich hin? Ja, das macht's so stupid. New yeah, das macht's so cool! Ich bin warst. Ich bin, ich bin. Ich binですね. волch ist eine Lege. Voniritual Jaun. Wie sind denn? Nö exports. Ok. Wir wissen. Wir wissen. Wir wissen. ½ Krist Color.